so hey liebe leute wieder zurück bei fairytale fights wir waren das letzte mal stehen geblieben bei bieberboss 2 meine ich ja so war das so samstag ist jetzt nachts mal wieder ach ich habe mich heute so gefreut mein erster abonnent geil ich muss euch jetzt erst mal was erzählen ich muss das mal so behindert einfach nur allein also ich wohne hier im kleinen kaff so haben eh keine gute internetverbindung und momentan fackt meine verbindung total ab und wirklich ich brauche für einen part hochzuladen also ich hatte am freitag hatte ich direkt acht parts direkt nacheinander aufgenommen das ist alles kein problem so da mein internet so abfuckt ich brauche für ein paar hochzuladen kein scheiß leute eine stunde ich weiß ja nicht wie das bei euch so ist und wie groß eure videos zu werden aber kein scheiß das dauert eine stunde das ist ja an sich nicht schlimm dann würde ich sagen ja hier einfach hochladen und in der zeit was anderes halt machen ja wäre kein problem wie gesagt aber so richtig oft vielleicht bei jedem vielleicht wenn ich muss man kurz pausieren ist das immer abgefuckt und gerade so bei bei 90 prozent es war kurz vorm ende so 98 prozent so cool ist ja gleich fertig und so auf einmal ja hier fehlerbildung ja musste von vorne hochladen ich gemeint ey was ich sitze hier seit einer stunde und warte dass der shit hochgeladen ist dann fehlermeldung ein unbekannter fehler was weiß ich was ey ich hätte meinen rechner wirklich zu klum hauen können ja tut mir leid leute ich muss das gerade mal loswerden ach das hat abgefuckt auf einmal okay zurück zum spiel tut mir leid ich wollte nicht so viel ablenken so weiter geht es hier wird schon wieder krass auf mich geschossen das geht nicht er kann mir jetzt wenigstens jetzt seine wut rauslassen das ist cool geht das hallo ja weg ist er geht es mal hier weiter ich bin irgendwie voll aufgedreht ich weiß auch nicht was los ist ich glaube je mehr leute mich abonnieren desto durchgeknallter werde ich also ist das schon mal cool so der rettenfänger ist das hier da wurde auch dieser kessel jetzt hingebracht den wir für die drei bären suchen also wir nähern uns schon mal übrigens hier wir nähern uns schon mal dem kessel das ist cool was ist da oben eine kessel gehen wir da mal hin baum im weg ich sehe nichts ich war jetzt einfach mal obwohl das ist ein schwert das bin ich haben was ist das eine spitze waffe ui hat sogar drei sterne cool ein bereits schwer und hier gibt es direkt jetzt erstmal fassen und hier gibt es direkt schnitzelei würd ich sagen und der nächste zack 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 wiii schönes bluebird so würde ich sagen wagen wir uns mal rein ja ich habe jetzt die möglichkeit hier einfach vorbeizugehen ich habe gute laune ich mache aber glaube ich nicht so viele Parts jetzt ich habe irgendwie ich will gleich noch ein bisschen Fernsehkommen und da ist ja eh mindestens zwei Stunden dauert ein also zwei Parts dann hochzuladen naja ui hier neue Gegner der Lebkuchenmann ok ja noch bist du am lachen nur Kleiner so sammeln erstmal das Money ein oh unschuldiger sorry ui unschuldiger tut mir leid kommt nicht wieder vor ist hier nochmal wo um den Powerschlag zack oh hier Bolli ist ja was man hier denn hier uah komm beide auf einmal ja nochmal ah da war ich schneller ah dieser abgebrochene Lolli der ist auch lustig ah der hätte ich ganz schlechter als mein Lolli die Säure oh tut mir leid ich kann nicht widerstehen verdammt verdammt ich wollte es auskotzen aber es hat nicht ganz funktioniert ich will mein Zweig wieder haben also wie gesagt ich kann halt leider nicht in HD aufnehmen ich würde es auch lieber gerne tun glaubt mir aber ähm da hab ich leider nicht die Möglichkeit zu aber ich hoffe das geht auch so greifen die mich an ne ah hier gab es doch auch irgend diese komischen Katzenhause da war da irgendwas so mein Kombo ist schon wieder hoch ich könnte eigentlich mein Schatz benutzen oh mein Gott der Arm ist weg der Lebkuchenarm oh mein Gott Power Schlag zack oh der wird überlebt oh das ist ein gratis Power Schlag gewonnen oh zack oh nochmal zack zack ich nehme mal ein Zweig der Tod und hier direkt in einem Lauf drüber ein weil dann zu selbstsicher hm so da ist der Rattenfänger trenner da sein Nidchen na warte ab Freundchen ah hier gab es doch was hier war irgendwas ist hier passiert irgendwas war hier ich dachte es wird ein bisschen später kommt oh hier Lebkuchen jetzt kommt ein guter Rösschen mal echt ach schon wenn man drauf geht dann ist der Kombo ziel auch immer wieder nach unten sehr blöd ah die Katzen genau die meine ich schnell in weil den Alarm heulen hier soll es denn die Laune ist angesagt Gute Laune was ist denn heute los ey oh Speedrun Speedrun ich mache hier voller noch Sonic ok los Kiste zert Datschen ein ein Wunsch normal scheiß drauf den nutz ich jetzt mal nicht Boah 3000 kostet das da Halt den gibt der mir oder was war das denn hier Luftbreakdance oder was das Und jetzt von oben, da unten. Oh, genau in the middle. Okay, nach einem Meter ist der Part schon wieder vorbei. Wie schnell ging das denn? Geld, Geld, Geld. Oh, oh. Oh, oh. Oh, jetzt wär ich fast reingerannt noch. Kann ich das nicht? Oh, ich geh kein Risiko. Coal, oder vielleicht doch. Doch, doch, doch. Oh, Gott. Oh, also wie viel sind wir denn? Ich hab fast mal einen Loden bei euch. Ah, wieso benutzt ich keine Waffe? So, ist hier die Action grad vorbei. Kann ich pausieren? Kann ich pausieren? Hm, ja, mach ich jetzt einfach mal. Okay, wir sind sofort wieder da. Bis gleich, Leute. Ja, bis zum nächsten Part. Ciao.